hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ich begrüße dich schön dass du da bist schön dass du eingeschalten hast ich freue mich wenn es dir gut geht mir geht es heute gut ich hatte ja heute meinen ersten arbeitstag bei meinem neuen arbeitgeber und ja es war es war sehr schön hat mir gut gefallen es waren halt sehr viele eindrücke man versucht immer gleich alles zu verstehen alles zu können geht natürlich nicht so aber ich brauche natürlich da meine zeit um mich einzuleben aber alles nette menschen alle lieb und dann freue ich mich jetzt auch schon auf den morgigen tag also hat mir gut gefallen wollte ich nur mal mit euch teilen diese information ja und bevor es jetzt los geht bevor ich euch verrate was es gibt ich meine habt ihr den titel schon gelesen es ist soweit ein ganz besonderer trommelwirbel achten herzlich willkommen zurück in der kanal mitgliedschaft meine liebe ute die ute ist zurück in der kanal mitgliedschaft und hat auch sogar eine premium kanal mitgliedschaft abgeschlossen vielen lieben dank meine liebe ute du bist ja auch schon so ein urgestein hier am kanal also vielen vielen lieben herzlichen dank ja dafür gibt es ja natürlich immer sonntags das große deck für die kommende woche in ich weiß nicht wann ich es mal schaffe meine küche umzubauen einige wochen fange ich dann auch mal an meine koch videos hochzuladen das mache ich jetzt nicht auf einem extra kanal sondern ich lade die erst mal in den bereich der mitglieder rein dass meine kanalmitglieder ja mir mal so ein bisschen feedback geben können in bezug auf meinen koch kanal na ja wenn du also auch mitglied werden möchtest freue ich mich natürlich wie ein schnitzel wenn wir schon beim essen sind bist du einfach in youtube auf meinen kanal dann drückst du auf mein gesicht und da kannst du auch schon den button mitglied werden drücken und die aussuchen was du dir im monat erlauben kannst kannst natürlich jeden monat auch wieder kündigen das ist jetzt kein dauer abo oder so wenn du sagst ich kann den kerl jetzt nicht mehr sehen dann kannst du die mitgliedschaft kündigen was natürlich sehr schade wäre ja also dann freue ich mich wenn ich dir auch dein trommelwirbel geben kann darf und du dann teil des harten inneren kerns bist und da freue ich mich natürlich riesig drüber na so jetzt ist es aber soweit orakel 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 wir wollen ein orakel machen ja und dann schauen natürlich mal was machen wir denn heute ich bin mir da immer so ein bisschen etwas raus aus den readings die jeden tag mache die persönlichen readings und da ist aktuell so ein bisschen das thema er hat er eine andere ja das wollen wir jetzt natürlich auch mal in der kollektivenergie legen ist denn da eine schlange und wenn ja was ist denn mit der schlange überhaupt ja das wollen wir uns jetzt mal anschauen kollektivenergie bedeutet natürlich dass es dass ich um allgemeine energien bitte jetzt haben was ich da so reinbekomme damit kannst du gut in resonanz gehen wenn nicht ist nicht so schlimm ich kann ja nicht für jeden passend legen der hier zuschaut von daher wenn du auch so ein thema hast na herzschmerz liebeskummer wunschpartner ex partner und dir geht es nicht gut du brauchst klarheit einen impuls ein hinweis ein rat als man von mir wie männer denken wie männer dinge sehen da kannst du natürlich gerne ein persönliches reading bei mir buchen meine nummer ist immer unten in der infobox schreibst mir einfach eine whatsapp nachricht und dann melde ich mich auch schon gleich bei dir also alles total unkompliziert keine scham keine scheu ich freue mich mit was auch immer du dich bei mir meldest aber jetzt wollen wir mal schauen ist denn da eine schlange im busch na schauen wir mal dazu mache ich mich jetzt erst mal klein so der kleine patrick dann können wir jetzt hier noch mal wieder ein bisschen oder können wir ja schön klotzen platzieren und wir schauen wir machen das heute anders wir legen jetzt zum einen ihn raus ja der hier so verträumt aus der wäsche schaut mit seinen leicht bekleideten samt mantel und dann legen wir nämlich jetzt die schlange noch dazu raus wir legen die schlange raus wenn ich sie aufgespürt habe ja ach ja hier ist er doch auch schon so ok und wir wollen jetzt mal schauen was hat es denn damit auf sich frauen haben ja tendenziell immer das bessere bauchgefühl wenn es um sowas geht erlebe ich auch in den readings dass das bauchgefühl schon da ist ich bestätige dass dann meistens durch die karten auch männer haben nicht so gutes bauchgefühl aber das ist halt einfach nur mal so aber wir wollen jetzt mal schauen wir machen uns einfach so eine frage eine legung und gucken mal was wird denn dazu hat er eine andere eins zwei drei vier fünf sechs sieben ach ja das passt ja schon wir haben zwei karten rausgelegt hier ne okay wir schauen jetzt erst mal auf die unterseite des kartendecks wie immer was haben wir denn da schön ist da ist die karte der wege gefallen okay das ist schon mal ganz interessant eine klärungskarte bitte noch so na gut da bist du gefallen dann nehme ich auch noch mit raus in den persönlichen readings mache ich auch immer ein oder zwei klärungskarten dazu und da wollen wir mal schauen was wir jetzt so haben so so sind wir da der kleine monck was sagt der monck macht das bloß gerade weil sonst kannst du dich nicht konzentrieren der innere monck ich habe noch nie monck angeschaut ich weiß dass das so ein penibler typ oder so ist der immer alles akkurat machen will aber ich schaue da mal rein ich glaube ich muss mir meine folge monck anschauen okay ja warte warte noch nichts gibt mir kurz so die geschichte geht ja so ja du hast ja also einen wunschpartner und hast du ein bisschen das bauchgefühl dass hier irgendwas nicht stimmt na dass da vielleicht ja eine andere ist dass er vielleicht mit einer anderen flirtet oder 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 aber wir wollen jetzt hier mal reinschauen ob das denn stimmt kann ich dein bauchgefühl bestätigen hier in der aktuellen energie oder kann ich das nicht bestätigen und kann dir sagen du denkst zu viel da schauen wir jetzt mal rein wir haben ja als hauptenergie und deswegen habe ich zwei klärungskarten genommen weil ich dich da gesehen habe die hauptenergie ist ja schon schön die entscheidung ist da gefallen die wege die karte der entscheidung die karte des weges die einzuschlagen ist in bezug auf das leben auf die bindung zur vergangenheit das stabile wachstum die festigkeit so und jetzt wird es schon interessant da schaust du drauf ja du bist ja hier auch von der partie und er schaut ja eigentlich auch schon so ein bisschen drauf also haben wir hier eigentlich schon eine tolle ecke wo man sagt er schaut hier schon raus auf den baum das ist die bindung das ist die stabilität die festigkeit die karte des lebens karma karte und da schaust du also auch drauf und drüber noch die wege die jetzt als euren weg ansehen also euer weg liegt da und es kann schon gut sein dass man unterwegs mal so ein bisschen in die eifersucht kommt na bin ich gut genug ist ein anderer besser ist eine andere besser was hat sie was ich nicht habe und so weiter die gedanken kennen wir ja alle also die hast du ja offensichtlich wenn du das video hier schaust und wir gucken jetzt mal ins deck rein ja also was ich hier schon sehe wenn du denkst er hat eine andere seite ja gerade irgendwie vielleicht auch in einer art von partnerschaft das liegt ja hier auch drin der ring die karte der partnerschaft das ist die karte dass es rund läuft dass es funktioniert die blumen ja die aufmerksamkeit ja die komplimente die schönheit ja die selbstliebe auch das schiff die reise dass da sehe ich euch beide auch schon wieder hier oben drin dass es hier eher schon so in die richtung geht du und er statt sie und er na also ich sehe hier schon euren weg neue stabilität wo ihr beide drauf schaut da schaut doch schon mal ganz gut aus an der stelle wo man sagt die reise die ihr beide macht ist eine schöne na also hier wirklich mit harmonie mit aufmerksamkeit mit komplimenten die dinge laufen rund die partnerschaft liegt da aber wir wollen natürlich jetzt auch mal eben gucken wo liegt denn eigentlich diese schlange jetzt ja wo ist er denn und zwar liegt sie hier in der mitte drin dass es keine frau gibt oder eine dass es keine frau gibt mit der er was hat ist sehe ich schon hier die schlange liegt ja da und nebendran die sex karte na liliens sechssimmlichkeit romantik die schlange schaut erstens mal davon weg ja also die die interessiert sich da gar nicht ich will jetzt nicht behaupten dass es eine andere gibt weil sie da liegt weil ich habe sie herausgelegt um zu gucken wo die auftaucht ja aber hier die schlange dreht sich ja hier so von der sex karte weg ja und schaut hier so ein bisschen auf die uhr drauf also zurzeit keine gefahr alles ist gut ja es gibt keine andere frau es gibt auch keine andere frau wo er sagt da möchte ich gerne mal sex haben oder ich möchte mich jetzt mal austoben weil ich schon so lange nicht mehr aus dem haus gekommen bin oder 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 dass diese schlange obwohl sie jetzt hier in der mitte liegt ist eine wichtige karte weil alle anderen daran angrenzen spielt tatsächlich keine rolle ja also hier schön zu sehen sie schaut davon weg vom sex schaut auf die uhr derzeit tut sich nichts keine bange keine panik alles ist gut und man sieht auch hier unten an der letzten reihe da sind die die das labyrinth und die brücken gefallen ja also hier so ein bisschen die ziellosigkeit in bezug auf eure verbindung ja oder dass man in der in eurer partnerschaft dass er nicht weiß wo er hingehört das ist auch nicht der fall weil da dreht er sich auch davon weg er lässt das hinter sich das labyrinth ja kein plan kein ziel weiß nicht wo es lang geht bin mir nicht ganz sicher in bezug auf die verbindung das spielt auch keine rolle also er schaut auch davon weg er dreht sich auch davon weg er hat quasi nur augen für dich was für ein schöner titel fürs video vergesse ich bestimmt gleich schon wieder aber macht nichts was ihr hier habt ja ich habe das hier schon gesehen das sagt eigentlich schon alles ja euer weg eure festigkeit eure bindung euer karma euer leben ihr beide schaut da drauf er dreht sich von diesen er ziellosen verbindungen weg will er nichts damit zu tun haben die schlange schaut von dem sex auch weg ja auf die uhr und hier oben für euch beide eigentlich auch sehr sehr schöne karten wo man sagen kann da passt ja es ist natürlich schon so weil wenn man vielleicht frisch zusammen kommt oder wenn man auch schon länger zusammen ist dann kommen vielleicht auch mal für dich selbst die fragen so hoch ja passt noch bin ich noch gut genug für ihn ja denkt er an eine andere hat er ja vielleicht sogar eine andere na aber diese fragen brauchst du die hier nicht stellen wenn du bei mir jetzt dieses reading gebucht hättest und hättest diese legung bekommen dann hätte ich zu dir gesagt macht ihr mal überhaupt keine gedanken dieser mann gehört dir da gibt es auch gar keine schlange na ja das war jetzt mal wieder kurz und knackig meine lieben wenn es euch gefallen hat ja wie immer dann zeigt es mir gern mit einem daumen drauf da freue ich mich auf jeden fall wenn du möchtest du mir eine ganz große freude machen willst dann abonniere doch gerne den kanal drück auch die glocke dann bekommst du eine benachrichtigung bist du auch teil der schönen angel readings community ich freue mich dass du dabei bist und ansonsten ja würde ich sagen bin ich mal raus und wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund seid lieb zueinander und wir hören dann beim nächsten video servus